Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du bist wieder eingeschlafen. Okay, gib mir noch fünf Minuten, bitte. Hier sind mein Dad und diese verdammte Schlampe verbrannt. Wie ist denn das Feuer ausgebrochen? Die Bullen meinten, sie hätten das Gas angelassen, dann ist das Ding explodiert. Dann war es ein Unfall? Ja, sagt der Sheriff jedenfalls. Die haben gefögelt, als sie starben. Ihre Körper waren miteinander verschmolzen. Die brauchten ein Messer, um die beiden zu trennen. Und wer war die Schlampe? Eine verheiratete Frau aus Maroma. Und hier haben sie sich getroffen. Auf halber Strecke zwischen beiden Städten. Scheiße, was machst du da? Was ist Dad wohl durch den Kopf gegangen, als er verbrannt ist? Ich will Zuckerbox, Mariana. Hey, ich wollte doch Rüreei haben. Tja, da hast du Pech gehabt. Ist es oder lass es bleiben. Na mal sehen. Was gibst du essen, Mariana? Hallo Mariana. Nehmt euch ein paar Cornflakes, wenn ihr wollt. Wo sind denn die Löffel? Okay, hier. Willst du auch was? Hi, Leute. Im Supermarkt war es total voll. Die Leute haben sich totgetrampelt. Wir zocken gleich noch ein bisschen. Gut, aber ist mit dem Handy angerufen? Ja, er kommt übermorgen zurück. Er hat noch irgendeine Lieferung nach Abilene. Das mal. Ich mach das schon. Das Zeug ist voll lecker. Willst du noch was? Ist es spät geworden? Sieht so aus. Kenn ich ihn vielleicht? Mag sein. Kennst du ihn denn? Hi. Hi. Komm her. Hi. Hi, darling. Ich dachte, du kommst morgen erst wieder zurück. Ihr nehmt euch anständig. Mach's gut. Mach's gut. Ein Cousin von mir hat einen Wohnwagen in der Wüste. Sollen wir da hin? Was tust du hier? Wenn mein Dad was mitkriegt, dann bringt er dich um. Wo warst du gestern Nacht? Du hast versprochen, keine Fragen zu stellen. Was soll denn das? Was wollen sie von mir? Was? 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 Du tust mir unglaublich gut. Wer ist dieser Kerl? John! Wenn du deine Frau verlässt, reden wir weiter. Warum tust du das? Das geht dich nichts an. Ihr trefft euch nicht mehr. Lass uns von hier verschwinden. Nur wir beide. Wie meinst du das, verschwinden? Irgendwohin, einfach weg. Lass es uns tun. Hast du schon deine Gebete gesprochen? Ich bete nicht mehr. Das ist ein Fehler, Mariana. Viele Leute machen Fehler. Und bei denen scheint Beten überhaupt nicht zu helfen. Die sprühen wie ein Feuerwerk. Ich liebe das. Ich liebe dich. Du liebst mich. Es mag Unrecht sein, aber so ist es nun mal. Ich habe immer Angst vor mir selbst gehabt. Jetzt kann ich nicht mehr davor weglaufen.